Hallo, mein Name ist Abad Thuley, ich bin 20 Jahre alt und spiele dieses Jahr für Phönixhagen in der BBL. Ich habe angefangen Basketball zu spielen, da war ich 14, 15 und davor natürlich zwölf Jahre lang Fußball gespielt als Torwart. Mein Lieblingsmove beim 1 gegen 1 oder aus dem Pick'n'Roll heraus ist für mich die Hesitation, weil man den Bigman so von den Füßen kriegen kann, wenn er in die Hilfe kommt und dann zum Korb oder einen schönen Jumper. Meine zwei Lieblingsspieler in Europa sind mit Abad dann Bojan Bogdanovic von Fenerbahce Uecker und Bo McCaleb. Meine Ziele für dieses Jahr sind, mich so gut wie möglich weiterzuentwickeln und hoffentlich schon Spielzeit zu kriegen und dann mal gucken was passiert und langfristig möchte ich gerne irgendwann mal in Europa im Ausland spielen. der. war ihr